Musik Im Hintergrund der Steinkugel, auf den ein kleiner Schlepplift führt. Musik Ganz im Hintergrund der Feuerkugel. Nun fliegen wir Richtung Helmeskugel. Ganz im Hintergrund. Musik 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 Dies wird unser weiterer Weg sein zum Alba Feldkugel. Musik 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 Nun müssen wir eine Endstelle mit senkrecht abfallenden Wänden links und rechts zur Aussichtsplattform bewältigen. Ein schöner Blick hinunter auf den Traunsee. Musik Nun geht es wieder über die besagte Endstelle zurück zum Gipfelkreuz des Selmeskugels. Musik 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 Gerade das hintere Edeltal Wir machen aber eine Spitzkehre nach rechts. Musik Steil abfallende Wände vom Alper Feldkogel in Richtung Landbadsee. Musik 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 Musik